Musik So, willkommen zu einer neuen Folge Pechkeks, Adventskalender, grausige Weihnachten, und heute kommen da 17 Türchen dran, wir haben es auch heute richtig eilig, also nicht so lange aufhalten, die 17 finden wir nämlich hier oben, da werden wir mal schauen, was da heute drin ist, hier seht ihr es wieder mal, da ist noch der Lebkuchenmann, der aufgehangene die 17, und mich wundern, ich halte immer ein bisschen drauf für das Thumbnail, sagt man jetzt so, Thumbnail, du kannst nicht immer Glück haben, uh, sieht aus wie von Harry Potter, dieses kleine, komische Bumble-Männchen da, ich muss sagen, ich habe noch nie einen Harry Potter Film gesehen, ganz, deswegen kenne ich den Namen auch nicht, oh, und jetzt klingelt es auch noch an der Tür, da wollen wir schnell mal den Keks noch aufmachen, der ist schon zerbröckelt, und da steht drauf, du bist leider nicht so geil, wie du meinst, hm, das ist ja das Hauptproblem, die meisten Leute denken ja immer, sie sind die geilsten, und sonst was, aber nicht mit mir, ich bin nicht geil, ich bin hungrig, deswegen esse ich noch den Keks, mach die Tür auf, und dann sehen wir uns morgen beim Türchen Nummer 18, bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses. Peace out, Vorhaut, du bist 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 Vielen Dank.